Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tripbox von Mike Singer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Trip von Mike Singer, das Ganze erscheint morgen am 12. April. Ich kann euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir haben hier so eine gelb-grüne Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal einschneiden, quer durch und dann machen wir die Folie mal ab. So, also wir haben hier eine quadratische, eher flache Box komplett in diesem gelb-grünton gehalten. Hier rechts lesen wir Mike Singer, darunter Trip mit einem umgekehrten R. Und links haben wir dann den Interpreten mit einem Hoodie und einer Jeansjacke. So sieht das aus. Dann haben wir hier die Seite glatt. Hier lesen wir Interpret plus Albumtitel. Hier wieder glatt. Und hier Interpret plus Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir die Inhalte aufgelistet, die sich in der Box befinden. Was lesen wir hier? Trip Album, Instrumental CD, Powerbank, Dog Tag, Kette, Bauchtasche, Beanie, Wristband, Set, Klebetattoos, handsignierte Autogrammkarte und Poster. Dann die Internetadresse von Mike Singer. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze ist eine Box, bei der der Deckel abnehmbar ist. Also keine reguläre Klappbox, sondern man kann den Deckel wirklich abnehmen. So, von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier einen Infozettel. Das ist der Powerbank geschuldet. Holen wir die mal raus. Dann haben wir hier so eine eingezogene Etage. Also hier hat sich eben das Album, die Powerbank darin befunden. Das Ganze ist so aus Pappe und auch in diesem Gelbgrün, in diesem Neongelbton gehalten. Dann haben wir hier das Kabel für die Powerbank, eine Bauchtasche, einmal das Beanie, also diese Mütze, die Bänder, eine Halskette, also Dog Tag Chain, die Instrumentals zum Album, die Autogrammkarte, diese Tattoos und ein Poster. Ja, jede Menge Inhalt. Von innen das Ganze weiß. Und was man hier auch sehen kann, das Ganze wurde hier nochmal verstärkt. Also wir haben hier noch extra eingezogen, so eine Kartonschicht, die die Box eben etwas stabiler macht. Dann machen wir diese Zwischenebene mal wieder rein. Und die Box zu. Und nachdem hier diverse Inhalte ja noch in Folie sind, werden wir die alle mal rausholen. Und zwar haben wir hier unter anderem die Instrumentals zum Album. Das ist die Frage am besten wahrscheinlich hier. Dann geht man kein Risiko ein, dass man irgendwie das Digi-Sleeve, diese Papphülle hier zerstört. Hoffentlich, weil es immer so eine Sache mit diesen Papphüllen, dass wenn man da ein bisschen zu unvorsichtig die Folie abreißt, dann knicken die mal leicht um oder werden irgendwie durch das Messer beim Aufschneiden beschädigt. Deswegen bin ich da immer etwas vorsichtiger. So, dann haben wir diese Wristbands. Ja, Umweltpreis gewinnt diese Box wahrscheinlich keinen bei dem ganzen Plastik- und Verpackungsmaterial, aber das ist ja häufig so, dass hier wirklich jeder einzelne Boxinhalt nochmals foliert ist. Das ist nichts Neues und zuletzt haben wir dann noch das Album. Gut, jetzt haben wir mal alles hier aus den Folien, aus der Verpackung befreit. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wie auch schon das Boxcover gehalten, Mike Singer Trip lesen wir hier. Das Ganze kommt in einen Standard-Julecase. Es ist das dritte Solo-Album von Mike Singer. Ich muss ehrlich sagen, ich wurde aufmerksam auf den jungen Mann durch die beiden Features, die er im Bereich Deutschrap hatte. Und zwar einmal bei K1 auf dem Album Make Us Gonna Make, da war er auf Netflix und Chill. Und bei Jalil auf dem Album Black Panther bei drei Worte. Das waren seine zwei Deutschrap-Features und dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Hier lesen wir dann auch wieder Mike Singer Trip. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier zwölf Tracks an der Zahl. Elf Tracks, Solo-Tracks und einer davon, nämlich Nummer 8, beinhaltet ein Feature, in diesem Fall von Unique. Also hier wären wir wieder beim Thema Deutschrap. Dann haben wir auch hier die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Okay, und dieses Booklet ist auch als Poster verwendbar. Sehr schön. Also auf der einen Seite haben wir natürlich hier Mike Singer nochmals abgebildet, aber damit nicht genug. Wir haben hier wirklich Track für Track, Wort für Wort abgedruckt. Sehr schön. Das gefällt mir immer gut. Da kann man dann die Texte mitlesen oder nachlesen. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein Booklet-Poster. Also hier auch wieder Mike Singer mit weißer Stone Island-Kappe abgebildet. So sieht das aus. Sehr schön. Und zusätzlich haben wir dann auch noch einen Flyer im Booklet mit dabei gehabt zur Trip Tour 2019. Das sind die Dates. Hier könnt ihr Mike Singer live sehen. Und auf der Rückseite, den schenke ich euch, habt ihr dann auch noch einen Download-Code für das Album digital. Also, hier könnt ihr dann auf dieser Website hier diesen Code eingeben und das Album digital besorgen. Das schenke ich euch. Wer dieses Video zuerst sieht oder wer diesen Code als erstes eingibt, dem gehört das dann. So, dann haben wir natürlich die Album-CD. Wenn ich diesen Flyer hier wieder reinbekomme. So, die Album-CD natürlich auch in diesem Gelb-Grün-Ton gehalten. So sieht das aus. Mike Singer Trip. Rückseite ebenfalls in diesem Farbton. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es diese Farbe schon jemals bei einer Box gab. Ist auf jeden Fall ziemlich heftig für die Augen. Dann haben wir die Instrumentals. Die kommen, wie gesagt, in einer Papphülle, in einem dickes Leaf. Wir haben hier zwölf Tracks. Also zwölf Tracks des Albums ergeben auch zwölf Instrumentals. Sehr schön. Keine Skiz oder sowas dabei. Die Credits. Und die CD sieht dann so aus, wie auch schon die Album-CD. Recht schlicht gehalten. Nur mit dem Zusatz eben Instrumental. Also in der Papphülle. Dann mit dabei eine Powerbank. Gab es ja auch schon diverse Male in den Boxen. In diesem Fall hier mit diesem Mike Singer Logo. So sieht die aus. Da haben wir noch die Daten. Und zu dieser Powerbank gibt es natürlich auch noch ein Kabel. Bedeutet, wir haben hier die Anschlüsse. Einmal USB und dann glaube ich Mini-USB oder Micro-USB. Und dann habt ihr hier natürlich auch noch einen Ein- und Ausschalter. Also die Powerbank kann nun geladen werden. Und dann mit Hilfe dieses Kabels, also mit Hilfe dieses Adapters, USB-Adapters, könnt ihr dann natürlich auch euer individuelles Kabel des Handys anstecken und dann euer Handy aufladen. Oder euer iPad, was auch immer. Dann haben wir eine Bauchtasche mit dabei. Diese ungewöhnlicherweise recht schlicht in Schwarz gehalten. Also genug mit diesem Neon-Gelb-Gelb-Grün. Diese wirklich schlicht in Schwarz und Weiß gehalten. Das ist eine klassische Bauchtasche. Wir haben hier auf der Vorderseite ein großes Fach mit Reißverschluss. So sieht das hier von innen aus. Also ganz schlicht. Und hier dann auch wieder das Mike Singer Logo. Dann haben wir hier noch einen Kurt. Und den kann man dann natürlich hier entsprechend Größen verstellen. Je nachdem, ob man es über die Schulter oder wirklich um den Bauch tragen möchte. Und dann haben wir hier noch so eine Kunststoffschließe, mit der das Ganze dann zugemacht wird. Jawohl. Dann haben wir ein Kleidungsstück mehr oder weniger. Und zwar eine Mütze, ein Beanie. Dieses ist so in Mittel- bzw. Dunkelgrau gehalten. Auf der Seite haben wir so einen Aufnäher. Hier wieder in diesem Gelbton. Das Mike Singer Logo. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und wir haben es hier zu tun mit 50% Baumwolle und 50% Polyester. Warner Music Group Germany. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Inhalt. Wir haben hier eine Autogrammkarte mit dabei. Hier Mike Singer an einem Fahrzeug lehnend. Schwarze Unterschrift hier Mike mit einem Herzchen Singer. Dieses Outfit kennen wir schon von dem Poster-Booklet. Da wurde scheinbar auch dieses Foto aufgenommen. Rückseite blank weiß. So muss das sein. Dann haben wir etwas sehr Ungewöhnliches. Und zwar haben wir hier drei solche Bänder mit dabei. Also, ich glaube die sind am ersten dafür gedacht, um sie euch hier ums Handgelenk zu machen. Also so wie so Konzertbändchen, so wie IP-Bändchen. In drei verschiedenen Varianten. Einmal in schwarz-weiß, einmal in schwarz-gelb und einmal in diesem Grau bzw. Silber-Gelb. Also je nachdem welches Band euch am besten gefällt, könnt ihr das natürlich tragen. Und ob ihr macht alle drei drauf. Und dann lesen wir hier noch 60% Nylon, 40% Elastan. Gut, so viel dazu. Dann haben wir Klebetattoos in einem quadratischen Bogen. Also wir haben hier diverse Motive, die mit Mike Singer zu tun haben, beziehungsweise hier direkt er. Kurze Info zur Schrift, warum sieht das so komisch aus? Weil es natürlich jetzt hier spiegelverkehrt ist. Also wenn ihr das Ganze dann aufbringt auf eure Haut und so dann hier drauf klatscht, dann ist das natürlich dann richtig. Also dann steht dann hier auch Trip oder Mike Singer Trip. Das nur kurz zur Info. Hier auf der Rückseite haben wir dann noch die Erklärung, wie das Ganze läuft. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie man solche Sachen verwendet. Wenn nicht, lest euch diese Gebrauchsanleitung durch. Ich erspare euch die an dieser Stelle. Und als letzter Inboxinhalt haben wir dann noch ein Poster in einem recht unüblichen Format. Und zwar ist das hier so, recht breit, aber dafür nicht allzu hoch. Also das Poster kommt im Querformat und wir haben Mike Singer hier vor diesem Auto, das wir ja auch schon bei der Autogrammkarte hatten. So sieht das aus. Mit den BBS Felgen hier im Bild. Und hier Mike Singer, Armfahrer, Sitz des Autos, Querformat und Rückseite. Blank weiß bedeutet, dieses Poster ist einseitig bedruckt. Gut, das war es soweit zum Boxinhalt. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann die Bauchtasche in schwarz und weiß. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die drei Armbänder, diese drei Wristbands. Beanie, also diese Mütze in grau. Die Powerbank, gebrandet mit Mike Singer-Logo inklusive zugehörigen Kabel. Was mir gerade auffällt. Einem Boxinhalt habe ich euch vorenthalten. Das holen wir jetzt natürlich noch nach. Ist mir irgendwie da durchgerutscht. Und zwar haben wir hier natürlich noch eine Halskette mit dem Dogtag. Also hier ein schwarzer Dogtag mit Mike Singer-Logo. Und auf der Rückseite lesen wir FL ist die Gang. Jawohl. Das Ganze ist dann hier in so einer schwarzen Kette gehalten. Man kennt die von den Dogtags. Und hier oben dann entsprechend ein Verschluss, mit dem man das Ganze dann größentechnisch anpassen kann. Ja, also das ist natürlich ein weiterer Boxinhalt. Diese Halskette inklusive Dogtag. Dann der Tatou-Bogen. Diese Klebe-Tattoos hier. Jede Menge Motive von Mike Singer. Die Instrumentals zum Album in der Papphüle. Zwölf Stück. So wie natürlich auch das Album an sich. Trip im Standard-Chulcase. Inklusive zwölf Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box-Trip von Mike Singer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mike Singer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. Ciao.